Meine Kirche leidet, leidet und ist so verwirrt, dass sie nicht mehr unterscheiden kann, was dem Glauben widerspricht und was wirklich von mir ist. Botschaft unseres Herrn Jesus Christus an Luz der Maria am 12. September 2024 Geliebte Kinder, ich liebe euch mit ewiger Liebe. Ich komme auf der Suche nach jedem Einzelnen meiner Kinder. Ich möchte nicht, dass sie verloren gehen. Sie müssen in Richtung Freiheit gehen, damit die Seele nach meinem Haus strebt und nicht nach dem Sinn haften. Gegenwärtig halten sich die Menschen davon ab, nach meinem Haus zu streben, stattdessen geben sie sich mit dem Alltäglichen zufrieden, mit niederen Instinkten, mit den Launen des Fleisches, mit der Suche nach dem Unbekannten und mit dem, was ihnen Macht über ihre Brüder verschaffen kann, dafür lassen sie sich auf alles ein, was vom Teufel verunreinigt ist. Kinder, ihr wollt weiter sehen als das menschliche Geschöpf und beginnt die Suche nach Kräften, die nur der Teufel erzeugt, um euch auf ihn und sein Böses aufmerksam zu machen und euch schweren geistigen Schaden zuzufügen. Meine geliebten Kinder Was ihr braucht, ist die Bekehrung, vergleiche APG 3,19, oft 3,19, ihr braucht keine Daten oder okkulten Kräfte, um euch auszuzeichnen, was ihr braucht, ist die Bekehrung, und das erlernt ihr nicht von einem Moment auf den anderen, sondern bis zum letzten Atemzug eures Lebens, indem ihr um diese Bekehrung kämpfen werdet. Was sich der Menschheit ihrem Allgemeinen nähert, ist so stark und so vielfältig, dass der Weg der Bekehrung ihnen die nötige Kraft gibt, um ihrem Glauben weiterzumachen und so die Hilfe meines Hauses zu erreichen. Die Krankheiten, die zum Vorschein kommen, sind vielfältig und leicht übertragbar, sodass sie wieder an frühere Zeiten erinnern, in denen Häuser nicht mehr Orte der Begegnung und des Zusammenlebens, sondern Arbeitsstätten waren. Naturkatastrophen sind weiterhin eine große Plage für die Menschen. Neue und unbekannte Formen tauchen auf, mit denen der Wind in wenigen Minuten ganze Nationen zerstören wird. Wasser wird von einem Moment auf den anderen ohne Pause aus der Erde sprudeln. Die Erde wird brennen, als ob Feuer vom Himmel herabfiele. Dies sind die Klimaxmomente, die durch die Nähe des Prophezeiten verursacht werden. Ab diesem Datum und darauf hinweg seid ihr in den Momenten, in denen euch gegeben wird, was ihr nicht erwartet habt. Meine Lieben, lebt aus dem Unerwarteten heraus. Seid wachsam, nicht nur, weil die Sonne die Kommunikation beeinträchtigen wird, sondern auch wegen der technologischen Kriegsführung, in der ihr lebt. Sie werden die Wirtschaft der Länder lahmliegen, meine Kinder werden stark betroffen sein. Es wird keine Bewegung an den Orten geben, die der Wirtschaft der Nationen gewidmet sind. Meine Kirche leidet, leidet und ist so verwehrt, dass sie nicht mehr unterscheiden kann, was gegen den Glauben verstößt und was wirklich von mir ist. Die Veränderungen lassen nicht lange auf sich warten, sie sind so subtil, dass sie von den meisten unbemerkt bleiben werden. Mein Gesetz ist einzig und unterliegt nicht den Menschen. Mein Gesetz ist unveränderlich. Vergleiche Röhm 10,4 Bewahrt den inneren Frieden, besucht mich, bietet mich an, nehmt mich auf, erkennt mich, damit es euch gelingt, das, was mein ist, von dem zu unterscheiden, was nicht mein ist. Bietet, meine Kinder, bietet für die ganze Menschheit. Bietet, meine Kinder, bietet, dass der Glaube in euch wachsen möge. Bietet, meine Kinder, bietet, haltet euch auf dem rechten Weg. Bietet, meine Kinder, bietet, damit ihr meinen Engel des Friedens erkennt. Bietet, meine Kinder, bietet, der Mond wird sich bald verdunkeln und mit seinen Auswirkungen auf die Menschheit einwirken. Geliebte Kinder, Krieg ist ein Produkt menschlicher Selbstsucht. Bereitet euch auf dieses traurige Ereignis vor. Seid versichert, dass ich nicht zulassen werde, dass die Erde vom Menschen zerstört wird. Jeder von euch wird sich selbst prüfen und sich selbst beurteilen müssen, deshalb rufe ich euch auf, euch geistig vorzubereiten, denn die Warnung steht kurz bevor. Bleibt auf meinem Weg, seid meine reine Liebe. Die Zeit ist gekommen. Ich liebe euch, ich segne euch, ich beschütze euch mit ewiger Liebe. Mein Segen sei auf jedem von euch, was jeder von euch in diesem Moment braucht, um weiterzumachen, ohne den Glauben zu verlieren. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Möge mein Friede in jedem von euch die Manifestation dafür sein, dass ich in meinen Kindern wohne. Euer Jesus A.V.E. Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen A.V.E. Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen A.V.E. Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen Kommentar von Luz de Maria Brüder Unser Herr mahnt uns zur Wachsamkeit, insbesondere zur geistigen Wachsamkeit. Wir sehen, dass sowohl Kriege als auch einige Krankheiten von Menschen verursacht werden. Alles nur, um diesen Krieg zwischen den Mächten um die technologische Vorherrschaft zu gewinnen. Brüder, um fest im Glauben zu bleiben, werden wir um eine persönliche und dauerhafte Bekehrung gebeten, um Verwirrung zu vermeiden und nicht in die Hände des Feindes zu fallen. Lasst uns brüderlich sein und Gott für immer und ewig ihre erweisen. Amen Amen Vielen Dank.